Fans des FCE aufgepasst! Jetzt unser Ergebnis gegen den VfL Bochum 1848 tippen. Smartphone zücken? Auf lr-online.de slash energietipp gehen und zur Videobahn schauen. Die LR verlost ein tolles FCE-Fanpaket. Und am Ende der Saison Karten für das DFB-Pokalfinale. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen informiert. Also rauf auf lr-online.de slash energietipp.